So, also ein bisschen werde ich jetzt mal hier ausbauen, auf der Seite der Autobahn. Ich versuche jetzt immer noch hier ein bisschen Bewohner hinzulocken, das wird schon. Sollte ich mich nicht zu sehr mit verzetteln, aber ich baue mal hier parallel zu der Autobahn, ähnlich wie da hinten. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, dass das hier schön ein bisschen geometrisch aussieht. So, dann mit der Kurve. Na, schon ein bisschen zu weit gebaut, da kriege ich die Kurve nicht so gut hin. Ach, so geht das doch, super. Okay, das passt. So, und dann ist das halt einmal so rum, dann genau auf der anderen Seite wie andersrum. Das ist relativ klein, aber gut erschlossen. Okay. Äh, ich will mich immer blöd an diesem Raster ausrichten, soll er überhaupt nicht. Na, ein bisschen zu weit. Bisschen zu wenig, natürlich, war ja klar. Muss ich mir jetzt noch mit Edding auf dem Monitor hier ein paar Notizen machen, damit ich mal weiß, wie weit ich... ...die Straße bauen kann. So. Jetzt kann man hier so einen Kreisel am Ende machen. Nicht mal ganz so. So, hier ziehen langsam die Leute ein. Äh, ein paar Gebäude sind verlassen. Wahrscheinlich halt wegen Arbeitermangels. Ich bin gleich abgerissen hier in dem neuen Gebiet. Werden gefälligst kann hier Gebäude verlassen. Frechheit. So, 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 so. Und hier wird es niemals Verkehrsprobleme geben. Ich bin sehr gespannt. So, und jetzt bauen wir hier mal auf der anderen Seite das ähnlich auf wie hier. Das heißt, die Straße geht in die gleiche Richtung. Das ist easy. Die kriegt einfach hier so eine Auffahrt. Und dann kriegt es direkt nach dem Kreuz hier eine Abfahrt. Na, geht nicht direkt danach. Hm. Soll natürlich jetzt die Abfahrt haben. Wie hoch ist die Autobahn da eigentlich? Ach, die kann auch da schon niedriger sein. Das kann ich mal machen. Die ist da eigentlich zu hoch. So, Pause. Okay, jetzt wird es interessant. So, die Höhe ist eigentlich schon die richtige. So. Jetzt muss ich mit der Autobahn erstmal eine Stufe niedriger kommen. So, und jetzt muss ich einfach die andere auf der Höhe komplett nachbauen. Weil, die soll ja komplett auf der ganzen Länge bis hier hinten hin erstmal. Das kann ich halt immer noch ändern. Das ist auch eine geile Brücke. Wer hat die denn gebaut? So. Ähm. Auf der richtigen Höhe sein. Das heißt, die geht hier lang. Dann hier schön um die Kurve. Na, ein bisschen. Muss man noch ein bisschen weiter rüber. Ein bisschen ticken. Na, ich hab's ja glaube ich ein bisschen zu weit. So. So, dann lasse ich, belasse ich es erstmal dabei. Ich baue die erstmal nochmal so weit aus, wie ich sie gerade brauche. Ja, ist jetzt nicht ganz ideal. So, hier ist eine Auffahrt. Und hier ist eine Abfahrt. So, das ist jetzt immer nur so Beschleunigungsstreifen. Abfahrt. Auffahrt. Die Frage ist, ob wir noch ein paar mehr haben wollen. Dass die nicht immer komplett da lang müssen. Was ist das? Auffahrt. Hier ist eine Abfahrt. Vielleicht ist die Stelle, passt mir glaube ich doch noch nicht ganz so. So, hier ist die Auffahrt. Hier sollte mal die letzte Abfahrt in das Gebiet sein. So, rein von den Entfernungen müsste es eigentlich so passen. So, und jetzt haben wir hier Abfahrt. Das heißt, hier müsste eine Auffahrt sein. Ungefähr. Wo ist die letzte Auffahrt? Hier sind zwei Abfahrten direkt hintereinander. Das ist auch nicht ganz richtig. Ne, ne, ne. Das ist falsch. Falsch, falsch. Hier kurz vor der Dings muss eine Auffahrt sein, damit die hier auf das Autobahnkreuz kommen. So ist richtig. Auffahrt. Sonst ist hier natürlich die Auffahrt. Ja, das ist doch falsch. Hier ungefähr eine Abfahrt. Und hier eine Auffahrt. So, und dann haben wir hier Abfahrt. Auffahrt. Abfahrt. So. Und das alles mit den Schnellen. Das müsste alles richtig laufen, so. Ich habe eigentlich gar nicht mal geguckt, ob ich irgendwo mal spezielle Industrien ansiedeln könnte. Obwohl die sich halt so schnell, ähm, wieder abbauen. Rohstoffe. Also, das geht mir halt viel zu schnell. Das ist immer ein bisschen komisch. Und da vor kürzester Zeit sind die Rohstoffe abgebaut. Aber man könnte so ein bisschen hier, so ein bisschen, man könnte mal so ein bisschen Waldindustrie. Aber es geht immer nur viertelweise. Dann mache ich hier hinten noch so ein kleines Viertel mit Waldindustrie. Nur hier hinten noch. Ich weiß ja nicht, ob das manchmal praktisch ist. Ob es gut ist, so ein bisschen Forstindustrie zu haben. Dann habe ich ein bisschen Forstindustrie. Dann habe ich ein bisschen Agrarindustrie. Dass ich ein bisschen vielleicht unterschiedliche Waren produziere, die in der Stadt gebraucht werden. Und das andere ärgert mich halt. Das wissen vielleicht Leute, die schon länger zuschauen. Ich hätte ja hier schon mal Erzindustrie groß. Äh, Ölindustrie. Aber das wird halt viel zu schnell verbraucht. Und die Waren. Vielleicht mache ich mal trotzdem so ein bisschen davon. Aber man kann auch immer nicht so einzelne Betriebe. Man muss dann immer gleich so Stadtviertel dafür machen. Das könnte den Verkehr entlasten, wenn nicht mehr so viel importiert werden muss. Weil sie halt, ähm, einige Sachen herstellen. Zum Beispiel halt dann irgendwelche Holzprodukte oder Agrarprodukte, die halt hier laufen. Agrarprodukte gerade finde ich gar nicht so verkehrt. Wenn sie das ein bisschen selber herstellen. Weil, ähm, Lebensmittel, die dann vielleicht in der Stadt benötigt werden, können sie einfach selber herstellen. Das finde ich ganz nett. Der Bodenverschmutzung tut es. Das Coole ist, ähm, das ist ganz nett, dass Agrarindustrie keine Verschmutzung hervorruft. Das heißt, ich könnte zumindest in anderen Gebieten auch, das mache ich mal eben, wo auch fruchtbarer Boden ist, hier zum Beispiel, mal ein bisschen Industriefviertel ausweisen. So, wenn hier Industrie entsteht, dann soll das Agrarindustrie sein. Anscheinend macht die keine Bodenverschmutzung. Jetzt ist mal ein Mouse over. Steigert die Steuereinnahmen des Industriegebiets um 10 Prozent. Die Steuereinnahmen von Gewerbegebieten werden um 10 Prozent gesteigert. Keine Umfeldverschmutzung erhöht den Wasserbedarf um 25 Prozent. Man kann es mal in Ruhe durchlesen, das ist eigentlich ganz cool. Das Wälder machen keine Bodenverschmutzung. Steuereinnahmen des Industriegebiets um 10 Prozent. Erz macht halt ordentlich 20 Prozent mehr Einnahmen, aber Umweltbelastung um 20 Prozent erhöht. Öl 35 Prozent Steuereinnahmen, Umweltbelastung und Strombedarf. Und generische Industrie ist halt ganz normal. Das heißt, ich werde mal hier ein paar auf dem Gebiet hier, wo es möglich ist, ein bisschen Agrarindustrie noch mal einführen. Das macht keine Umweltverschmutzung, das finde ich ganz nett. Dann ziehe ich mal hier die Straßen noch mal komplett rüber, dass ich das da nutzen kann. Dann muss ich mir halt genau merken, wo das ist. So. In dem Gebiet so. Ja, grob. Machen wir es mal in dem Gebiet hier auch noch ein bisschen. Da war es irgendwie auch noch fruchtbares Land. Ungefähr. Ja, ungefähr. Dann kann da noch ein bisschen Agrarbetriebe entstehen, was ich irgendwie ganz cool finde. Da passen dann aber eher so ein bisschen geringbesiedelte. Damit fange ich gar nicht erst an. An dieser Stelle. Dann kann da noch ein bisschen Agrarindustrie entstehen, was ich irgendwie ganz sympathisch finde. Okay, jetzt haben wir hier ein Müllproblem. Ist ja klar. Ich stelle mal eine Müllverbrennungsanlage hier hin. Das ist jetzt die Sache. Jetzt muss ich genau gucken, wie das mit den Einbahnstraßen funktioniert. Aber wenn ich eine hier instelle, wird das alles gut abgedeckt. Und jetzt kann ich schon mal anfangen. Jetzt kann der Müllwagen da ausfahren. Das ist schon mal das Erste. Das ist relativ wichtig natürlich. So, was ich jetzt noch wollte ist, dass ich, deswegen habe ich ja auch die Autobahn so hoch gebaut, dass ich die kleinen Gebiete noch untereinander verbinde. Das geht in die Richtung. Hier ist jetzt die Müllverbrennungsanlage. Ne, wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie. Dass ich tatsächlich noch mal die Viertel untereinander verbinde. Natürlich auch mit Einbahnstraßen, damit es da keinen Stress gibt. Die geht in die Richtung. So, einfach mal so zum Beispiel. dass die auch untereinander verbunden sind, die jeweils, die, ähm, die, die Viertel. Dann können die halt, witzig, dass die jetzt hier hinfahren. Ach, die wollen auf die Autobahn dann, ne? Die müssen doch nicht da hinten lang. Das weiß ich nicht. Da sind die Viertel untereinander verbunden. Das ist für Service. Ähm, Fahrzeuge halt noch. Ganz interessant und ganz nett. Ja, hier habe ich noch keine Feuerwehr. Habe ich natürlich auch noch gar nicht in dem Gebiet. Aber, das kommt ja auch noch. Wenn ich das dann nachher später erst alles anschließe an, noch an Zugverkehr, das wird total super. Gucken, ob ich das direkt mache. Wenn ich dann hier die, vielleicht die Schiene umleite. Oder wenn ich hier noch ein neues, hier noch ein neues Gebiet erstelle, was ich dann auch damit verbinde. Ach, das gefällt mir jetzt. Ich glaube, das wird total super. Vielleicht habe ich dann irgendwann auch sogar die Muße und, obwohl hier geht es ja inzwischen mit dem Verkehr. Da brauche ich gar nicht groß mit. Hier wäre eigentlich noch eine große, eine, das wäre vielleicht irgendwann nochmal eine Sache, dass ich halt hier eine Autobahn, eine Stadtautobahn durchziehe mit und das den gordischen Knoten da hinten mal auflöse. Wenn ich nämlich hier eine Stadtautobahn baue, ähnlich wie hier, mit Linien in beide Richtungen und Abfahrten in beide Richtungen, dann spare ich mir halt einige Ampeln, wie sie hier zum Beispiel sind. Dann stehen die Leute ja nicht, sondern können halt direkt fahren. Und das könnte sein, dass mir das nochmal einiges an Traffic spart und an Verzögerung. Was ich hier nochmal machen könnte, da brauchen sie das Tempo gar nicht, da brauchen sie eher mehr... Da sind sie, glaube ich, besser gestellt, wenn sie zweispurig fahren können hier, weil dann können die, die hier nur links oder nur rechts abbiegen wollen, haben dann viel mehr Möglichkeiten. Das ist auch geil. Trotzdem belegen sie die rechte Spur, weil sie nach links auch könnten. Ja, so richtig hilft das dann doch nicht an der Stelle. Da mache ich noch was anders eben. Dann können wir halt hier oben schon mehr in die Richtung abfahren. Und dann mache ich das hier oben auch noch zweispurig. Weil das Tempo brauchen sie nicht. Wir brauchen eigentlich nur die Spur mehr. Die hilft ihnen da an der Stelle viel mehr. So, es könnte jetzt ein bisschen entspannter sein, wenn die dann auch da unten langfahren können. Könnte den Verkehr in dieser Richtung noch mal ein bisschen verbessern. Ja, sieht schon aus. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, als würde dann hier wesentlich weniger laufen. Dann staut es sich an der Stelle nicht mehr ganz so. Der Zugverkehr läuft meisterzeit auch ganz gut. Ab und zu haben sie noch irgendwie so kurzfristig Engpässe, die sie dann irgendwie, wenn sie sich einmal verkantet haben, dann dauert es immer kurz, bis sie das wieder hingekriegt haben, wenn sie irgendwie Züge in die gleiche Richtung gegenüberstehen. Das passiert ab und zu nochmal. Zum Glück nicht so oft, aber ab und zu passiert es. Hier sieht es auch aus, als wenn sie sich einfach gegenüberstehen. Der möchte in die Richtung, der möchte nach rechts. Und dann geht da nichts weiter. Dann müssten alle da hinten warten, weil sie irgendwie zweizügig überstehen. Das passiert ab und zu. Zum Glück nicht ganz so häufig. Aber es passiert. Und jetzt haben wir gerade wieder so eine Sterbeepidemie. Super. Wir sind gerade wieder in dieser Welle. Ah, okay. Guckt an. War ich mit Sachen... Wir haben wieder mal... Ist es denn genau sechs Jahre später? Nach dem Schub. Der war 2045. Ja, genau. Jetzt haben wir genau wieder so eine Sterbewelle. Das ist halt echt ein... Das ist einfach ein Spielfehler. Die Leute sterben alle zur gleichen Zeit. Wir haben gerade wieder ein Riesenproblem. Überall ziehen die Leute aus. Überall sind die Leute tot. Ich werde jetzt... Zum Glück habe ich letztes Mal einige von den Friedhöfen sich entleeren lassen. Das heißt, ich kann mich um die Friedhöfe kümmern jetzt. Ich kann die wieder aufmachen. und dann hoffen, dass sich diese neue Sterbewelle dann auch mal wieder beruhigt. Da ziehen gerade wieder wie blöd die Leute aus. Ja, Wahnsinn. Dass sie immer zur gleichen Zeit sterben müssen. Das ist so albern in dem Spiel. Naja, hilft ja nichts. Darum kümmere ich mich also als nächstes. Bis zum nächsten Mal.